Jetzt haben wir später das Problem. Okay. Haben wir nichts. Fantastisch. Ist hier vielleicht irgendwas? Da drüben war aber noch was. Ich natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Da hätte ich hier raus können. Einen englischen Schlüssel. Vielleicht dort, wo wir es jetzt freigeschaltet haben. Müde? Na ja. Geht schon. Aber was ist mit dir? Verblassen deshalb deine Worte? Dann schone deine Kräfte. Geht so viel. Geht so viel gebracht. Geht so viel. Geht so viel. Geht weiter jetzt. Geht mal vielleicht in einem anderen Raum irgendwie was. Nimm einen denn Haus. Was ist das? Das ist auch, glaube ich, der einringliche Schlüssel, bei uns einen einringlichen Schlüssel. Von der anderen Seite verschlossen. Willkommen in den Keller. Genau. Stimmt, durch den Move. Oh. Kann man das nicht schon... Tür mit einem Auge und einem Keller. Der Tümer, meine Schlüssel nicht. Jetzt sind wir jetzt drei Augen. Waren wir hier nicht schon? Und doch, hier waren wir schon... Können wir hier noch irgendwas... Kunstzimmer. Das war in der Hauptthalle, wo wir gerade waren. Hm. Da können wir nicht rein. Und... ganz schön. Wir haben diese Zimmer. Wir haben eine Hilfe. Wir haben die Hilfe. Wir haben die Hilfe. Wir haben die Hilfe. sind wir wieder hier oder was merkwürdig das ist das kunstzimmer müssen wir noch ein gemälde für finden hinweg und wo hinweis warum wir speisezimmer fernstatt niemand weiß wo wir zum schlüssel kommen oder was ist los speisezimmer ist das, das bringt es aber dann nicht weiter ja ich weiß nicht, schlüssel kommen wir hierfür ich glaube mal im kreis ok ich sag euch was wir speichern die einmal zwischen ok hier waren wir in der haupthalle oh gott das ist irgendwie ein bisschen gefühl hier zu sein ist irgendwie ein bisschen scheiße nachdem man hier von der in der hautspiele von ledig dem test wie durchgejagt wurde haben wir dann irgendwas im momental was uns wir haben doch glaube ich eine gezeichnete ja wir haben eine handgezeichnete karte bekommen der schlüssel ist dort im dressing weiter second floor das ist doch hier oder treppe hoch oder oder wirklich nicht da warum humpelt raus damit das mal jemand erklären vielleicht anders als sie dazu dressing room ich weiß ok da durch die tür und dann ich weiß ich weiß ob ich noch mal eine zon habe bis zum ende das gang sondern links das soll der schlüssel sein das nachladen das tun das der schlüssel weiß man diesmal das hier durch bereits darin gelegt hat eine störung der auto induktoren in einem mutter mit seiten netzwerk eine destabilisierende wirkung auf den pilz dieser effekt kann auch bei aus pilz aufgebauten organismen beobachtet werden jedoch verursacht eine destabilisierung nicht wie bei skleotieren eine zelluläre zersetzung sondern vielmehr eine bedeutende verlangsamung der bewegung durch welche besagte organismus praktisch an rot und stille bewegungsunfähig wird wenn andere organismen sich unmittelbar näher zum zielorganismus befinden kann dieser störeffekt sich ausweiten jedoch ist die reichweite äußerst begrenzt aha was genau sollte uns das jetzt sagen ok wir haben einen eindeutigen schlüssel wo genau sollten wir den jetzt noch einsetzen im kunstzimmer verschiedene stellen ich glaube damit konnten wir das gewehr freischalten bin ich mir nicht irre warum wir das damit tun und andere dinge da liegt eine russ da muss ich dir irgendwas ne da brauchen wir drei die schlüsse das gewehr können wir uns jetzt holen oder nicht die nächste maske folgen ich vermute mal das ist immer eine maske ich habe keine andere wahl aufgeben auf wessen seite ist er so vorsichtig wie ich kann hm dachte ich mir schon ist das wieder so ein erweiterbarer schlüssel oder was wo können wir den schlüssel einsetzen der hauptein nicht ne da im inruf da gibt es eine tür da können wir durch ist das die richtige tür so momentan innenhof unten rechts dann gehe ich damals nächstes hin das ist da drüben ja hier ist eine rücke fantastisch zweite maske ich komme ach du scheiße oh oh du pfiffiges kleines häschen hast es bis hierher geschafft die nächste maske wirst du aber nicht zu leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen das werden wir sehen was ist das für ein geräusch nein vielleicht jemand zu viel wwe geguckt wie das hieß in wrestling das geht ja einmal dieses kranke schwein klassen hier wieso ist hier verflossen ein weiteres rätsel um hier weiter zu kommen jetzt ist es dunklen tiefen taumelte nach die pfeile geschossen zur form gegen baumelte und ohne rast und ruhe darauf hin durch schwertes handwein blut vergossen bitte was wir sind auf unterschiedliche art die wurde hängt die mit feilen ok und tieferlich taumelte der pfeile erschossen zuvor am gelgen ok also geigen dunklen tiefen feine und schwert tiefen ist wahrscheinlich das hier ist mit geigen das haben wir schon in dunklen tiefen würde ich mal sagen oder nein die geigen dann feine und mit betrieben und schwert oder auch nicht nochmal lesen dunklen tiefen taumelte danach die pfeile erschossen zur form gegen zuerst gelten ohne rast und ruhe schwertes also schwertes zweites würde ich sagen und danach die tiefen und dann pfeile zuletzt schwertes schwertes nächstes ok es scheint richtig zu sein am gelgen und ruhe schwert dann dunkle tiefe und feine und jetzt zum schluss die feine und dabei muss zum glück nicht mehr fließen so wie der junge ist immer noch so viel weinen im keller oder wo das nach ihm ausgetrunken wird ja es wurde irgendwie ausgetrunken darum verstehe ich auch nicht das lässt uns aber hier durch die siebener maske ist in dem kleinen raum ganz hinten ich bin so nah dran da kommt noch was klein rum ganz hinten da kommen wir so leicht wahrscheinlich nicht hin was geht da wir bringen wir ihnen um ich bricht mal hier munition ach du scheiße äh ja das ist der scheint ja gar nicht tot zu gehen au soll ich einfach fliehen eine rohrbombe die könnten wir mal gebaut haben die könnte hilfreich sein au die haben wir ihnen noch besiegen Ich würde mal lieber fliehen. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer auf dem Leben. Ich kriege ihn mal hin. Wir haben doch hier... Was denn? Wieso? Wir haben doch... Scheiße. Er ist hinterher gekommen, oder was? Ich habe vergessen, wie man diese Superkraft einsetzt. Ich muss mal kurz gucken. Störungen, Tastenbelegung. Störungen, Tastenbelegung. Tastenbelegung. Ja, aber wie auf Gegner. Aha. Da passiert was. Okay. Ich bräuchte mal mal eine Zone. Ja, bräuchte Obdach mal wieder, aber... Ich kriege Munition hier. Wie komme ich zu dem kleinen Raum am Ende? Das ist das natürlich Scheiße. Und nochmal eine Zone. Wie soll das denn hier was werden? Ich kriege Munition. Hey, die Scheiße. Ich kriege hier vielleicht noch Munition. Ich kriege hier vielleicht noch Munition. Die werden bestimmt helfen, die in den Großen. Die werden bestimmt helfen, die in den Großen. Ich kriege mal wieder. Schuss behalte ich lieber für den... Warum bin ich jetzt echt geliefert? Kleiner Rom am Ende, da sollen wir gleich so Maske sein, das ist aber eine Maske sein. Wo ist denn die verdammte Maske? Au scheiße, ich kann mich hier was zerstören. Wir müssen nur weglocken und dann... Das ist nicht gut. Ich geh mal vorbei. Ich bin nichts dagegen gehabt. Ist hier irgendwo eine Knolle? Ja, hier. Genau so. Ein bisschen Heilung. Oh kacke, jetzt sind die beide hier. Oh kacke, kacke, kacke. Das ist von der Maske. Oh kacke. Ich bräuchte ein bisschen Munition. Ach du Scheiß, Deck. Ich bin mit Kaya. Ach gut. Ist jetzt zwei von denen oder was? Ich glaube, Mun-Heilung bräuchte am dringendsten. Rohrbombe ausrüsten. Das ist das einzige, was wir noch können. Oh, komm. Ich bin mit Kaya. Und du thee? Ich bin mit Kaya. Und du bist mitbewerben. Ich bin mit Kaya. Entschuldigung. ohne man zu flüchten ist ein bisschen scheiße aber gelingt ruhig dich nun mal mal nicht zu wir sind auch wieder Leute natürlich können wir hier jetzt nicht mehr lang die Maske ja was mit der Maske ich hab sie wenn auch knapp dieser hässliche Typ ist aufgetaucht ich nehme jede Hilfe die ich krieg naja und gegen die hilft mir das auch nichts und jetzt Munition können wir nachladen und einmal speichern 2 von 3 Masken und der schlimmste kommt dann noch das können wir gebrauchen jetzt sind noch die die dem 3 Bus 1 1 1 2 2 5 1 2 3 4 5 5 6 8 8 9 9 10 10